Tom's Talk Time, Folge 605. Heute reden wir über zwei sehr unkonventionelle Methoden, Startup-Ideen zu finden. Und es ist die letzte Möglichkeit, der letzte Tag genauer gesagt, um noch einen von drei Mentoring-Calls mit mir persönlich gewinnen zu können. Tomstalktime.com, der Erfolgspodcast. Inspiration für deinen persönlichen Erfolg. Von und mit Tom Kaunis. Hallo Podcast Nation, ich begrüße dich heute aus dem diesmal leider sehr verregneten und nebligen bayerischen Wald. Aber das gehört wohl auch hin und wieder dazu. Wie gesagt, dieses Jahr können wir uns hier über die Sonne sicherlich nicht beklagen. Wenngleich ich auch bei dem Wetter merke, okay, es zieht mich jetzt echt wieder langsam Richtung Westen, dass wir wieder ab nach Mexiko oder in die USA kommen. Wohin eigentlich egal, Hauptsache es ist wieder warm und Sonne. In der heutigen Episode geht es nochmal um zwei Dinge. Und zwar zum einen die Verlosung der drei Mentoring-Calls im Wert von hier 750 Euro mit mir persönlich. Die läuft nach wie vor. Leider jedoch nur bis, ich glaube heute müsste der 30. sein. Genau, bis zum 31.10., also sprich heute und morgen. Wie du genau an der Verlosung teilnehmen kannst, das erkläre ich dir am Ende dieser Episode. Denn jetzt geht es erstmal um das eigentliche Hauptthema der heutigen Episode, nämlich um unkonventionelle Startup-Ideen. Und zwar habe ich dir zwei wirklich, denke ich mal, ziemlich unkonventionelle Wege herausgesucht, über die ich heute mit dir sprechen möchte, die ich dir erklären möchte, wie du diese eben für dich, für dein Business, für dein Startup nutzen kannst. Und zwar, die Methode eins, die ich dir herausgesucht habe, ist eine Inkubator-Inspiration. Ja, Inkubator, also damit meine ich jetzt nicht den Brutkasten im Krankenhaus, sondern ich rede jetzt von Firmeninkubatoren oder auch von Acceleratoren werden die auch genannt. Das sind im Endeffekt, ja sagen wir mal, professionelle Gründungs- und Investmenthilfen für Startups. Das heißt, das sind wieder größere Firmen oder Fonds, die Startups einfach dabei helfen, groß zu werden. Natürlich in der Regel gegen eine finanzielle Beteiligung. Die erste Möglichkeit, die du hast bei diesen Inkubatoren oder Acceleratoren, ist, dass du dich mit einer eigenen Idee bewirbst. Dazu gehst du auf eine von den Seiten von den verschiedenen Acceleratoren, und es gibt halt mehrere, und kannst dich dort einfach mit deiner Idee bewerben. und wenn die angenommen wird, wirst du halt eingeladen zu einem Pitch und stellst dann einfach da deine Idee vor. Wenn du Glück hast, wirst du genommen und dann pushen dich die Leute richtig hoch und da ist wirklich ein brutal großes Team mit viel Erfahrung dahinter. Wenn du Pech hast, wirst du halt nicht genommen. Aber so ist es halt im Leben. Die Möglichkeit zwei, die du hast bei der Inkubator-Inspiration, ist, dass du einfach die Datenbank der Inkubatoren mal durchsuchst, und zwar nach interessanten Themen, wo du sagst, Mensch, das ist was, da hätte ich auch Bock drauf, und nach Schwachstellen dort suchst und einfach ein Patch für diese Unternehmen anbietest. Oder eine Lösung, dass du halt sagst, du findest jetzt zum Beispiel so verschiedene Firmen, wo du sagst, Mensch, das ist interessant, das ist interessant, aber da könnte man doch eine Schnittstelle draus bauen. Oder du findest eine Firma, wo du sagst, ja, die Idee ist cool, aber hey, wie die das anpacken, das ist doch noch viel zu kompliziert, das geht doch noch tausendmal einfacher. Und dann nimmst du einfach die Idee und verbesserst die Ganze. Von den Webseiten, die es da gibt, das sind zum Beispiel jetzt, also würde ich einfach mal googeln nach Inkubatoren, beziehungsweise Startup Accelerator. Und große sind ja zum Beispiel Techstars, also techstars.com, oder die 500CO. Und das ist auch einfach die Domain 500 in Zahlen geschrieben, Punkt CO. Und wie gesagt, da gibt es noch, gibt es jede Menge andere auch noch, auch aus verschiedenen Bereichen, manche aus dem Tech-Bereich, dann aus dem Biotech und irgendwelche Dienstleistungen. Also da gibt es relativ viel. Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten, dass du nicht nur bei den Inkubatoren dich inspirieren lässt, sondern auch auf irgendwelchen Konferenzen, Meetups, Barcamps und so weiter, wo du nicht nur Ideen sammeln und diese dann weiterentwickeln kannst, sondern auch noch Partner oder Investoren für deine Idee finden kannst. Weil, ich meine, das haben wir ja auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, es geht ja nicht nur um die Idee, sondern auch darum, dass du das richtige Team hast, um eben diese Idee umsetzen zu können. Bei den ganzen Sachen gibt es eigentlich noch eine wichtige Überlegung noch, und zwar dieses Thema Copycat. Also einfach irgendwelche Geschäftsmodelle kopieren. Willst du eine reine Copycat sein, die einfach irgendwas nimmt und das genauso nachmacht? Manche sagen, ja, habe ich kein Problem mit. Andere sagen, nee, kann ich mit meinen Werteverstellungen nicht vereinbaren. Da gibt es kein richtig, kein falsch, das muss jeder mit sich selbst vereinbaren. Letztendlich zählt in der Wirtschaft im Endeffekt nur eins, wie im wahren Leben auch. Der Beste gewinnt oder der Fitteste überlebt. Und das ist in der Wirtschaft genauso. Wenn es irgendwo schon Startup gibt, was schon seit ein, zwei, drei Jahren am Markt ist und schon richtig gepusht wird von irgendwelchen Inkubatoren, und du dann als One-Man-Show hingehst, dir ein Team zusammenwürfelst und es schaffst, diese Firma noch zu überholen, weil du einfach besser bist. Hey, so what? Dann hat der Beste halt einfach wieder gewonnen. Okay? Die zweite Methode, die auch recht unkonventionell ist, ist, Dinosaurier zu verjüngen. Was meine ich damit? Es gibt sehr viele verstaubte oder angestaubte Branchen, die alles andere sind als digital. Also da ist schon die höchste Kunst, wenn jemand im Büro schon mal eine Excel-Tabelle nutzt und die Excel-Tabelle dann irgendwie mit irgendwelchen Daten füllt, die irgendwo herkommen. Oder wenn jemand sagt, Mensch, wir müssen ein Mailing an unsere Kunden machen und dann wird Outlook geöffnet und man schickt dann eine Mail an alle Outlook-Kontakte oder besser gesagt an alle Kunden, die im Outlook angelegt sind, in BCC. Ja, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich kriege hin und wieder tatsächlich immer noch solche Mails, wo ich mir denke, oh Gott, Leute, habt ihr noch nie was von E-Mail-Marketing-Software gehört? Und da geht es im Endeffekt darum, dass du diesen Firmen hilfst, einfach mal ins digitale Zeitalter zu kommen. Und das kann man mit zwei Dingen machen. A, mit Beratungsdienstleistung oder B, mit Softwarelösungen, also dass du selber halt im Endeffekt eine Software erstellst. Was meine ich mit Beratungsdienstleistung? Bei Beratung, hier kann man den Firmen einfach mal die Möglichkeit aufzeigen, was alles möglich ist und vor allen Dingen ganz wichtig, worin für die persönlich der wirtschaftliche Vorteil liegt, wenn sie eben bestimmte Tools nutzen, anstatt hier noch wie in der Steinzeit mit Hammer und Meißel in irgendwelche Tafeln was einzukloppen. Ja, weil ich meine, dafür gibt es heutzutage Computer. Auch kann man klassischen Dienstleistern dabei helfen, wie man aus Dienstleistungen einen Productized Service macht, den man dann auch skalieren kann. Die wenigsten wissen nämlich, dass das bei Dienstleistungen eigentlich auch relativ einfach ist. Das heißt, auch ein Steuerberater, ein Ingenieursbüro, ein, keine Ahnung, was auch immer für Dienstleister, kann seinen Service, ja, ein Productized Service draus machen. Das heißt, aus einem Service ein Produkt machen und dieses Produkt kann dann halt auch eben wieder gehebelt werden, was man normalerweise bei einer Dienstleistung ja eben nicht machen kann. Bei Softwarelösungen meine ich so dieses Beispiel, was ich gerade gesagt hatte mit E-Mail-Marketing versus Outlook-Mailings, ja, dass man da, gut, in dem Fall jetzt praktisch als Softwarelösung E-Mail-Marketing erfindet. Aber gut, das wurde natürlich jetzt schon erfunden. Und heutzutage geht das sogar eher in Richtung jetzt Einführung von Chatbots, welche den potenziellen Kunden direkt in den Messengern auf dem Smartphone abholen, da, wo sie halt eben auch sind. Und auch da gibt es wieder Lösungen, wo man sagt, Mensch, das gefällt mir noch nicht so, da könnte man doch bestimmt was entwickeln. Und wie gesagt, gerade das Thema Chatbots war auch eine ziemlich coole Erfindung, wo man einfach vom klassischen E-Mail-Marketing rübergegangen ist zu den Messengern, wo die Kunden eigentlich heutzutage in der Regel sind. Und Chatbots haben einfach eine brutale Öffnungsrate im Vergleich zu E-Mail-Marketing. Wobei man die beiden Sachen auch nicht unbedingt miteinander vermischen oder vergleichen sollte. Also ein Chatbot kann man nicht so nutzen wie E-Mail-Marketing. Also es ist schon auch andere Einsatzbereiche, aber vom Prinzip glaube ich, ist das klar, was ich hiermit meine. Wenn du jetzt sagst von wegen, wow, Tom, ich und Software programmieren, das geht gar nicht. Das ist wie, als wenn du einem Schwein das Singen beibringen würdest. Auch hier kann ich dich beruhigen. Ich habe vor kurzem erst ein Interview aufgezeichnet, was jetzt noch nicht draußen ist, also es kommt erst noch jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten, wo zwei Mädels eine Matching-Software für Arbeitsplätze erfunden und diese auch selber programmiert haben. Und das ohne Softwarekenntnis. Also eine der beiden Gründerinnen hat Grundschule-Lehramt studiert. Also hat nicht wirklich was mit Software-Programmierung zu tun. Das heißt, wenn du die Idee hast, dann suchst du dir halt auch für dein Team. Und da sind wir bei diesem Thema Inkubatoren, Barcamps, Meetups und so weiter, wo du potenzielle Team-Member finden kannst. Und holst dir einfach Leute ins Team, die das halt eben können. Also wie du siehst, vieles ist im Endeffekt möglich, was man da einfach machen kann. Die klassischen Ideen, die man halt sonst hatte, oder die man halt immer noch hört, so von wegen die Ansätze, ja, finde ein großes Problem und löse es effizient, möglichst mit geringen Mitteln und hohem Mehrwert und viel Profit. Ja, klar, kann man natürlich auch machen. Oder die andere Sache ist, prüfe, wo im Markt dein Bedarf für ein bestimmtes Produkt ist und biete eben dieses Produkt auf dem Markt an. Das Problem, insbesondere bei dem zweiten, was ich gerade gesagt habe, ist, dass viele Leute den Markt einfach überschätzen und auch keine vernünftige Market Research machen und einfach mit einem Produkt rangehen, wo sie denken, Mensch, das gibt es noch gar nicht auf der Welt. Das braucht die Welt unbedingt. Und das Problem an der Sache ist, ich meine, ich will jetzt hier keinem zu nahe treten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch so intelligent ist und etwas komplett Neues erfindet, was auch im Ansatz noch nicht mal da war auf der Welt, ja, wo schon sieben Milliarden Menschen rumlaufen, wow, das, die Wahrscheinlichkeit halte ich für gering, sagen wir es mal so, so etwas netter ausgedrückt. Also, wie gesagt, diese klassischen Ansätze, klar, kann man natürlich auch machen, haben wir ein gewisses Gefahrenpotenzial, diese unkonventionellen Methoden sind oft einfach, ja, besser, erfolgversprechender, wo man einfach mehr an sich auch herausholen kann. Also, wie du siehst, viel ist möglich, wenn man konventionelle Pfade verlässt, ein bisschen Kreativität, das sollte man natürlich auch mitbringen und auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Hierbei ist es natürlich auch extrem hilfreich, wie in vielen anderen Bereichen auch, sich einen Mentor zu suchen, der einem hier mal unter die Arme greifen kann und der auch als Sparring-Partner zur Verfügung steht. Und genau deshalb, weil das passt einfach zu dieser Episode, verlosen wir drei Mentoring-Slots im Wert von je 750 Euro an drei verschiedene Hörer. Das heißt, dass ich dir in einem Videocall persönlich für 30 Minuten zur Verfügung stehen werde. Vielleicht hast du schon ganz konkrete Fragen oder Problemstellungen, welche du mit mir besprechen willst oder du hast noch gar keine Idee, was du tun könntest, würdest aber gerne was selbstständig machen und suchst einfach nur eine Inspiration und willst einfach mal, dass ich deine Idee vielleicht mal so ein bisschen durchrüttel oder dir selber einfach mal helfe, was du machen könntest, so ein bisschen was aus dem groben mal rausklopfe und sage, Mensch, was werden mal damit? Oder vielleicht bist du auch glücklich, so wie alles ist, willst gar nichts selbstständig machen und hast einfach mal lustig, 30 Minuten mit mir über unsere Reisen zu unterhalten, über Podcasting oder über irgendwelche privaten Dinge oder irgendwas, was du mich immer mal fragen wolltest. Völlig egal. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du dann einen dieser drei Slots gewinnst. Was musst du tun, um einen der drei Slots im Wert von 750 Euro zu gewinnen? Ganz einfach. Du likest einfach unsere Facebook-Fanpage, falls du das nicht eh schon getan hast. Zweitens, du likest diese Podcast-Episode auf unserer Fanpage. Drittens, du teilst diese Podcast-Episode von unserer Fanpage auf deiner eigenen Pinnwand oder in deinen eigenen Gruppen. Bitte nicht in fremden Gruppen teilen. Wirklich nur in deiner eigenen Gruppe beziehungsweise auf deiner eigenen Pinnwand. Und dann markierst du noch zwei Freunde, für die diese Episode einfach interessant sein könnte. Das Ganze muss bis zum 31.10.2019 passiert sein. Und dann prüfen wir anschließend, wer alles in die Lostrommel kommt und werden die Gewinner bis spätestens 15. November benachrichtigen. Okay? Ich weiß, das war wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen viel, ein bisschen schnell, aber im Großen und Ganzen ist das ja wirklich ganz easy. Liken, teilen, zwei Leute markieren, fertig. Die Details stehen natürlich auch nochmal in den Shownotes drin. Das heißt, da kannst du das Ganze auch nochmal nachlesen. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Episode etwas inspirieren, um einfach ein paar neue Wege aufzuzeigen. Also, das soll es hier gewesen sein. Und wie immer gilt, wenn du bestimmte Wünsche hast für die Episode, lass es mich wissen. Ich tue mein Bestes, um dir Themen, Interviewpartner, wie auch immer, was du haben magst, zu besorgen, damit die Show auch für dich weiterhin super spannend sein wird. Ich sage nochmal, danke, dass du hier warst. Und ich bin schon gespannt, wer weiß, vielleicht führen in ein paar Wochen schon bald wir beide einen lustigen und inspirativen, wie heißt das? Inspirativ, doch, inspirativ ist, glaube ich, richtig, ne? Inspirativen Mentoring-Call oder vielleicht einfach auch nur 30 Minuten cooles Gequatsche, je nachdem, was du dir von mir wünschst. Also, ich freue mich drauf, bin gespannt, wen ich dann in Leitung haben werde. Und ich sage einfach, ciao, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Erfolgspodcast dabei warst. Komm rüber auf unseren Blog, tomstalktime.com und schau, was wir dort noch Schönes für dich haben. Kostenlose Trainings, die Top-Buchempfehlungen, unsere Interviewpartner und noch vieles mehr. Und wenn du jetzt eine Idee hast, wen du mit dieser Episode inspirieren könntest, dann hilf mir, diese Goldstückchen zu verbreiten und leite ihm den Link zur Episode jetzt doch einfach weiter. Und zu guter Letzt denke immer daran, Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Ciao, dein Tom.